Das hat sich durchgehärtet und ich muss sagen wird immer schlecht geworden. Besser als gedacht. Wir fräsen jetzt die Distanzplatten zur Montage der Magneten. Das brauchen wir zweimal, weil wir haben zwei Rotorplatten. So, jetzt haben wir hier unsere zwei Blatten. Dann können wir die Magnete positionieren. Die Magnete positionieren. Die Magnete positionieren. Die Magnete positionieren. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020